Moin Moin Pyro, heute präsentiere ich euch mal eine Neuheit von 2019, 2020 und zwar die Scorpio von Argentum, das Counterline von Funke sag ich mal. Das sind Goldblinker-Fahrertopf zu goldenen Knisterschweif, Aufstieg zu goldner Knisterpalme mit silbernen Cracklingstern. 30 mm, 13 Schuss, 325g NEM und eine Brenner von 21 Sekunden. Ich sag jetzt mal typische Blackbox-Form oder aus der 30 Schuss-Serie von Niko. Hier nimm ich es auch nochmal, 325g F2 natürlich. Viel Spaß bei der Zündung. So, zünden wir jetzt mal die Scorpio von Argentum. Hier, ich gehe mal kurz aus. Ich gehe mal kurz aus. Hier ist es, ich mache mal die Kräste Kulmer, und die Kräste Kulmer. Ich gehe mal kurz aus. Bis zum nächsten Mal.